Willkommen bei Stimmen der Zukunft. Ein Blick hinter die Kulissen des Jugendparlaments, wo junge Menschen ihre Stimme erheben und die Zukunft mitgestalten. Das Jufa ist eine Gruppe von 15 Leuten im Alter zwischen 12 und 21 Jahren. Wir treffen uns, um Ideen zu sammeln und die Stadt Emden für die Jugend attraktiver zu machen. Emden ist uns wichtig und mindestens genauso wichtig ist uns unsere Gemeinschaft. Und deshalb ins Pizza treiben. Wir treffen uns mehrmals im Monat, um Ideen zu diskutieren, aber auch um Projekte zu planen und uns gegenseitig zu inspirieren. Jeder Beitrag ist wichtig und wir schaffen eine Umgebung, in der jeder gehört wird. Natürlich auch unsere Gäste. Jugendliche gehören ins Stadtbild. Sie gehören zum Alltag und machen unsere Stadt lebendiger. Deshalb laden wir alle in Emden Lebenden im Alter von 12 bis 21 Jahren ein, sich uns anzuschließen und uns Emdener Jugendlichen eine Stimme zu geben. Unsere Arbeitstreffen finden im Büro am Laredativ statt. Unsere Sitzung hingegen in verschiedenen Jugendzentren und Schulen der Stadt. Seit unserer Gründung 2021 haben wir uns in der Politik etabliert. So haben wir bereits viele Verbesserungsvorschläge eingebracht. Zum Beispiel die Temperaturen in Emdener Schulen und auch die Digitalisierung in Emdener Schulen oder eben die Beteiligung von Jugendlichen bei Bauvorhaben in Emden. Da wir unabhängig von Parteien sind, können wir uns eine große Vielfalt an Themen einsetzen. Habt ihr Interesse? Dann kommt gerne mal vorbei. Besucht uns auf Insta oder unter jupa-emden.de